Das waren Sarens Männer. Ja, schade, wir kriegen nichts. Und steck mal die Waffen weg, wenn wir in so eine Bar gehen. Ja, jetzt könnt ihr unten auf der Mini-Ware einfach gucken, sonst findet ihr... Zurück, Wrax. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin noch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Wrax. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß, wir sollten uns da lieber raushalten. Ja, das war ein Kruganer. Eine sehr coole Rasse, wie ich finde. Allianz-Militär. Ich hätte Marine werden können. Dadessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit, namens Garus. Garus? Garus? Sie müssen aus Captain Anderson's Kuh sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Specter. Was? Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermastelt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sagen Sie mir einfach, wo Garus ist. Garus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Ja, gut. Gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Gut. Jetzt geht also auf in die Klinik. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Specter war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Also, jetzt hier gerade am Anfang, die Zitadell-Mission ist sehr viel Gerede und wenig Action. Das Spiel ist aber eher mehr... Ach nee, was mache ich denn da? Da kommt später aber noch genug Action rein. Also, das ist jetzt wirklich gerade erstmal nur so ein bisschen... Ich würde eigentlich sagen, es ist immer noch der Prolog, den wir hier machen. Also, es ist eigentlich noch nicht so richtig, das Spiel. Es gehört noch zum Prolog mit dem Sender und so. Und nach dieser Mission geht das Spiel dann eigentlich erst richtig los. Jo, ähm... Warte mal, hier geht's... So, ja, wir gehen mal da rein. Ich hab's niemandem gesagt! Das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder... Wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Warte mal, hier geht's. Jo, dann würde ich sagen, machen wir doch mal unseren Stufenaufstieg. Bevor wir dann mit der lieben Doktorin reden. Ja, ich hatte ja gesagt, auf Panzerung gehen wir nicht mehr, sondern wir gehen lieber auf Pistole. Auf Experte und danach auf Warp. Wunderbar. Und dann einmal medische Laufstoff. Na, hatten wir schon. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Wo ist sie jetzt? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Gate? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Gate zu tun. Sie muss Saren mit den Gate in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie sie. Ich komme mit ihnen. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn sie sich beeilen, können sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Gut, denn wir haben jetzt ein weiteres Squad-Mitglied erhalten. Und das ist das erste Mal, dass ihr den Squad-Bildschirm seht. Ja, also Ashley kennt ihr ja und Kardan auch. Und jetzt kennt ihr ja auch. Ja gut, Garrus kennt ihr auch. Ja, das ist Rex. Das ist schon klar. Und da ist noch eine Asari. Und das hier ist die Quarianerin, von der die Rede war. Die wir ja auch noch bekommen. Dann, da unten seht ihr drei Balken. Und zwar unser aktuelles Squad. Und ich bin komplett Biotiker. Deswegen ein Drittel Biotik-Stärke bisher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Williams reinnehme, habe ich noch Kampfstärke dazu. Und ich werde dann noch jetzt hier Garrus nehmen. Kardan nämlich nicht, weil er ist Wächter. Und ich hatte schon gesagt, der Wächter ist eher defensiv. Und Biotik sind wir stark genug. Und mit Tech reicht Garrus vollkommen aus. Jep. Gut. Dann können wir ja mal kurz gucken, was Garrus denn so hat. Ja, er hat erste Hilfe. Ist nicht schlecht. Dechivrierung. Panzerung könnte er ein bisschen mehr haben. Sturmgewehr hat er. Äh, Williams, wie sieht's denn bei dir aus? Okay. Ja, beide kämpfen mit dem... Ja, tun sie. Gut, wir müssen Fisk besuchen. Und wie wir ja gehört haben, soll sich der in, ähm... In der Bar umtreiben. Aber zuerst... Werde ich, ähm... Noch mir Rex holen gehen. Weil Rex einfach cool ist. Okay, dann halt Präsidium. Ach, die Botschaften, genau. Ja, es gibt ja auch so ein paar... Nebenquests auf, äh... Auf der Citadel, aber die werde ich einfach nicht machen, weil... Na, die lohnt sich einfach nicht. Gut, jetzt muss ich mal hier grad gucken, wo waren denn Händler? Ah, ne, der Händler ist ja in der C-Sicherheit. Also wir gehen jetzt erstmal in die C-Sicherheit. Und ich glaub da... Hier war irgendwo doch ein Aufzug, oder? Ja, da unten ist ein Aufzug, bestimmt. Da unten war, glaube ich, ein Aufzug. Ja, wir werden jetzt hier noch in diesem Bezirk hier die Händler abklappern, einfach damit wir, ähm... Möglichst alle Lizenzen, die es gibt, uns kaufen können. Äh, weil ich hatte ja schon angesprochen, dass diese Lizenzen, äh, noch recht wichtig sein können. Gut, am Ende finden wir die beste Ausrüstung sowieso. Aber... Es gibt immer mal wieder ein paar schöne Ausrüstungsstücke, die man kaufen kann. Gut, da ist der Aufzug. Mit so einem chilligen Turianer davor. Wegbeschreibung, ey. Ich will doch nur den Aufzug. Ja, das ist ein bisschen blöd, manche Aufzugfahrten dauern ewig. Eine davon, oder die ewigste, werdet ihr auch noch kennenlernen. In dieser Aufnahme. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime, ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen... Ich muss gerade nochmal gucken. Äh, was, 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 was? Ach nein. Ah, okay. ...geschützt werden. Juppi, da sind wir auch schon unten. Nö. Und hier ist schon das Ausrufezeichen, das ist Rex. Und die grünen Punkte sind immer Händler und die gelben sind Aufzüge. Nur das mal so zur Erklärung. Und dann reden wir mal mit Rex. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen Respekt halber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat...